Meine Erfahrungen mit Fake News sind insbesondere, dass die Bevölkerung erhebliche Defizite in der Medienkompetenz hat. Eine Erstbotschaft macht die Runde in den sozialen Medien und bekommt krasse Reichweite. Eine anschließende Korrektur erreicht aber in der Regel nicht die gleiche Reichweite wie die Erstbotschaft, sondern geht eher unter. Insofern sind wir also als Gesellschaft nicht sehr resilient, sprich widerstandsfähig, gegen diese Art neuer Bedrohung aufgestellt. Das bringt uns direkt zur Lösung der Thematik Fake News. Es geht um die Frage der Ursache und der daraus abgeleiteten Auswirkung. Was ist denn die Ursache? Naja, wir benötigen in der Bildungspolitik Themen wie Medienkompetenz, IT-Know-how, IT-Sicherheit und natürlich auch Algorithmen und Datenstrukturen in der Schule, damit die Bevölkerung verstehen kann, wie zum Beispiel solche Algorithmen auf sozialen Medien funktionieren und damit auch entsprechend medienkompetent umgehen kann. Machen wir also was draus, gehen wir die Ursachen an, damit wir nicht unter diesen Auswirkungen leiden. Vielen Dank. Vielen Dank.